Liebe Freunde von der flachen Erde, liebe Mitbewohner des Globus, sicherlich kennt ihr bereits mein Video, in dem ich vor gut einem Jahr unserem damaligen Freund Vegan und Lecker erklärt habe, wie Raketen ins All starten. Da dieses Thema nach wie vor aktuell ist, muss jetzt eindeutig mal ein Profi vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ran. Herr Schwantke, bitte übernehmen Sie. Dieses Foto zeigt den Start einer Soyuz-Rakete. Die Langzeitbelichtung sorgt dafür, dass die Rakete eine Art Leuchtspur in den Nachthimmel zeichnet. Daran erkennt man ihre Flugbahn. Und die scheint ab einem gewissen Punkt wieder nach unten zu führen. Seltsam, oder? Die Soyuz-Rakete folgt hier natürlich in großer Höhe der Erdkrümmung und schwenkt allmählich in die Umlaufbahn ein. Man erkennt also an dem Bild, wie die Rakete die Erdkugel umkreist. Erdkugel Erdkugel